Äh, der PlaymWK Das ist hauptlich nur Okay, gut Ist das eklig? Lo, die gleichen Teams wie gerade Ja Nice Das war voll voll ähm Judi Judi, Judi, Judi und Jonas Judi und Jonas Ja, wir waren einfach was LoL Und weil das, wenn ich mir jetzt nicht anschaue, dann geht es eine Kategorie durch Was ist das? Spray dir einfach drüber So, Alter, was ist das zu viele Witzer? Hä, ich hab wohl ihn geschossen Aber es ist noch nicht vorbei Und du bist müde? Ja, weil ich die Reaktion auch Guck dir die Reaktion, oder? Wer richtig müde, Jonas, Jaka Ich glaube, Jonas muss immer müde sein So Was? Alter, ich bin grad richtig scheiße, halt der Maul Haha, fast hätt ich mich kaputt Wer hat ges... Boah, Alter, bist du gehindert Wer hat geschluckt? Ja, ich darf die ja nicht benutzen Ich hab's geschluckt Einer kommt hoch Ah, scheiße, zwei beide außen Oh Gott Judi, wo aimst du eigentlich hin? Weiß ich nicht, was da los war Das ist noch nicht vorbei Ich hab' den eigentlich voll getroffen bei mir Glaub' ich Ich hab' den eigentlich voll getroffen bei mir, glaub' ich Ich hab' den eigentlich voll getroffen bei mir, glaub' ich Ja, was soll ich machen? Ich hab' den eigentlich einschlafen Ja, Schöpfer Ja, Schöpfer Ja, Schöpfer Ja, Schöpfer Was ich mal Hinten raus War lang Hab' mir jetzt aufgefallen, dass ich Musik im Hintergrund offen hab' Das ist natürlich negativ Ja, auch der ist nicht bei mir Ja, ich hab' den Heliport Ich hab' den hier Ich hab' den wahrgenommen Ich hätte ihn ohne das Leben beschützen können, aber ich hätte irgendwie keine Lust Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichert Das war direkt neben dir Ja, ich hab's gehört Hallo Da ist ja keiner Ja, klar Ja Ich probier' jetzt mal meine Klassenzoll Ich hab' die Musik im Hintergrund aus Oh Auch voll veraimt Ja, okay Einem Saudi Ah, das ist das Vollend raus hier Das Zielzeug Pfff, wahrscheinlich Jonas 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 Ja, ich hab' mich grad' selbst geflasht Hahaha Hahaha Bleib bei ihm Bleib bei ihm Ja, und du bist als Einziger Vielleicht bei dir, Jodi Hey, wo ist er? Hey, what the fuck Hey, what the fuck Ich merke, wie ich hab' mich immer einfach überhört Wo voll steckt er sich? Wie sind die Fahrschneider? Ja, will ich vorbei Was hat... Was... Was... Hey, ich krieg' das grad' nicht alles in meinen Kopf Das ist so wie... Das Zielzeug Pfff 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 ich wusste ich hab deinen Schatten gesehen ja klar ja weshalb denkst du mich wieder per... ähm ne ähm hör auf da ist asozial wird selbst sprechen schwer oder was? ich hab den Sniper nein ich tue nur so pfff glaub ich willst du mich eigentlich verarschen Danny? will der mich eigentlich verarschen? ich hab eigentlich nicht verarschen Alter wie schnell tötet er das Ding und ich hab doch ich hab meine Maustaste nicht noch weiter zu gehen Danny von der Entfernung nie im Leben alter und und wie schnell? und wie schnell? oh Gott ey ich krieg's gerade in letzter Runde mit der Sniper sorry dass ich mit der Sniper stehe nicht mehr was bloß aufhören wo ist das kaputt gegangen? ich glaube rechts ist oh Alter das hab ich geglaubt Alter what the fuck helipot helipot äh bei dem einen Dings da wo du jetzt nach links laufen würdest und geradeaus bei dem gut gemacht Team bereit mal an die nächste Runde bin ich gestorben da gab es ja schon da ja man die Zuschauer die wollen also ich sag mal halb vier oder so es ist äh kurz nach drei ja 3.05 ja 3.06 und wir unter 3.07 bleiben das Ziel verteidigt das sind dann die die Late-Night-Skills Boah Jonas zuerst gerade fassen hat von mir kassiert oh Gott was war das? und weg hier Alter Heiko ja kein Bock mehr mit dir kann nach Hause gehen kannst du verkraften ich bin so außerhalb warum ist es schon wieder bei der Hörer also was passiert eigentlich die ganze Zeit das war jetzt ich will es wenn es jetzt ja 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 ich will schneller oh nein das ist und das ist die 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 ich würde die zu dir werfen warte warte ich hab hier schon gesagt wenn ich betrunken bin ich anfange zu singen hm der blickt gerade gar nichts mehr ist der überhaupt noch da? ja ja warte mal ich hab ne Idee was ich jetzt mach ich komm heute rein NEIN das hab ich mir zweimal selber geflasht ein bisschen oh oh ja wo ist der denn? ist der noch ganz am spawn? ich glaub oh NEIN NEIN ich bin in die falsche Richtung weggelaufen du bist auf dich allein gesteckt nein das war so dämlich oh Gott sei what the shit was denn warum habt ihr euch gegenseitig getillet? hab ich dann oh euhe oh oh ho 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 warum bin ich tot oh 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 juli hat dich getilltet warum bin ich tot ich hab mir Ace gemacht er hat uns beide kratzt gekillt geiiiih scheiße Ich hab dich nicht geguckt, Jonas. Jetzt ernsthaft, Juni. Alter, Danny merkt am Anfang gar nicht erst. Ich merkte einfach so. Das war's jetzt auch mal du. Ich war wieder. Du bist mir reingerannt, du bist selbst schuld. Der Headshot gleich mal. Ja, der ist mir reingerannt, ernsthaft. Hauptsache mal ein Headshot. Genau. So, jetzt Jonas, du das nimmst. Ein verpassender. Mach das. 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 Jonas, wie viel Fingerzeig? 3. 3. Was wirst du, hä? Schlecht. 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 Du kannst gar nichts. Du kannst einfach nicht mehr CISCO spielen. Du kannst zwei Jungen. Du kannst zwei Jungen. Du kannst nichts. Alter, du bist so schlecht, ey. Du musst dich mal schämen. Ich guck mich. Anwendig mit dir Spaß. Du bist so ein schlechter Spieler, ey. Aber echt? Das ist halt so ein schlechter Spieler, ey. Alter, du bist so scheiße. Pammel dir eigentlich immer noch im Spawn ab. Nein. Ich sehe nichts mehr. Ich fühle dir so lustig. Ne, lol. What the fuck? Oh Gott. Ich glaub Jonas sollte nicht. Alter, Jonas bist du scheiße einfach. Es sind aber zwei Jungen, ey. Ich bin besser wie du. Stell dir mal vor. Ich hab manchmal ne KD von 1040. 1040, ja? 1040. 1040. 1040. Warte. Jawoll. Warte. Ich wurde geflasht. Ich hab da so ne gute Idee. die Liste wo es benutzt man nicht und ist es ist so oder es war nicht er hat mir nur noch gebrauchen wurden und jetzt erzählen und tritt es noch eher Trikot guck auf den Boden und Trikot jetzt geht jetzt geht es Geld jetzt geht die Tricky Jetzt geh! Hat er dich grad... Oh nein, Juli. Ich hätte schon... Alter, das ist mit Heiko eigentlich in der letzten Zeit los, gell? Pure Eskalation. Eskalation! Wie Jonas nur 77 Pünkele hat. Ey, nicht, da steh du was mal machen. Lass die Katze machen. Na, ja, Jonas, du nimmst was machst du? Oh, oh... Alter, wie die einfach nie da langkommt, weil ich so lang geh. Alter, Leute, ich muss bitte schon die Granate in den Sporn reingekommen. Du weißt es nicht, Jonas, ich weiß es nicht. Der ist raus, hinten ist vor und gerade läuft ein B lang. Oh Gott! Ach du Scheiße, das war mir viel zu viel. Jonas, geht's dir gut? Weinst du gerade? Jonas? Weinst du gerade? Hat dich ja schon auf dem Radar gesehen. Jonas? Weinst du gerade? Du bist eigentlich... Und wir haben 8,5 Gigabyte. Und warum ist der so müde, ey? Er darf frühestens bei 10 Gigabyte gekauft werden. Guck mal. Wir haben... Frühstens. Katze, ich will was mal machen. Dann... Ja. Oh, lol. Alter, alter, der war da, gell? Der war da! Ich hab auf ihn geschossen gerade. Hä? Ja, gut. Zumindest hast du noch. Ich hab dein... Bei mir wurde den Namen nicht angezeigt. Ja, Leute. Ja. Hey, komm mal her. Komm her, komm her, komm her. Ich reiß sie jetzt sie. Ich reiß sie. Das sieht so geil aus. Du hast es im Schügel gesehen. Oh, das ist eine wunderschöne Katze. Loll. Das ist eine wunderschöne Katze. Loll. Eine wunderschöne Katze. 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 Nee. Ich kann mich im Boot schießen oder sowas machen. Ich bin ja kicken. Überleg dir was du machst. Ich hab mir schafft ja nur. Oh fuck. Du wirst auch nicht schütteln. Ja, mach mal andere Taktik, Juni. Mach mal andere Taktik, Juni. Mach mal recht technisch Taktik, Juni. Mach mal recht technisch Taktik, Juni. Mach mal recht technisch Taktik, Juni. Ich bin schon weh. Ich bin schon weh. Trall drauf. Mann. Oh Gott, Leute. Boah, 12.5 Juli. Das war ja, das war ja. Gut, das war nicht. Beides! Das war ja. Was hat dir vorgegangen? Ich hab dich gemacht. Meine 2D Folgt zugleich. Jaaaa! 3 über 15. Ihr nutzt mich voll aus. Tch, ach quatsch! Okay, dann bin ich verrückt. Ich kann mit Shadow Playstation Cut machen so. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Tschüss.